19,9, Deutschland, ist das Team! Die Welt ist die Welt! 19,9, Deutschland, ist das Team? Die Welt ist die Welt! Soundcheck ist in 15 Minuten. Pause. Ich kaufe noch die Spinne. Wir sind equipt. Schaut euch das an. Vier Helikopter. Helikopter ist ein Wort, was die Menschen immer falsch trennen. Es heißt nämlich nicht Helikopter, sondern Helikopter. Hi Fina, ich schicke Frau gleich zum Soundcheck. Der hat wirklich wichtige Sachen zu tun. Ich muss jetzt hier für die anderen Fleischkäs weg bestellen und das geht so. Guten Tag. Ich mache mir zwei Fleischkäs weg, davon einer auf zwei weg verteilt und der Schnitzel weg. Was machst du? Du bist ja Teil von der Band. Ja, ich bin Bonusteil einer Band. Ich bin eigentlich Hauptberuflich, ich bin klassischer Orchestermusiker. Die Pumpe geht schon ein bisschen. Bei klassischen Orchester bin ich besser vorbereitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute könnte man ein richtig besonderer Tag auf Tour werden. Vielleicht müssen wir irgendwas rufen. DALI! 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 Es gibt eine Sprache, die jeder versteht. Es ist die Greta, Greta Polonaise. Äh, ja. War geil. Die Leute sind echt wild hier, muss man sagen. Ey, ich habe sogar ein bisschen mal Töne gerufen. Paul, wie war die Show? Ja, war einfach mega. Die Crowd war heute richtig am Start. Ungefähr 18. Also Crowd war insane am Start. Ungefähr 100. Sorry, ich bin mit Paul drin. Ah, okay. Das ist mein kleiner Bruder, der nervt ein bisschen. Also, ich finde, Paul hat gar keine Expertise hier, deshalb ganz kurz. Also, man sieht einfach, ich bin deutlich älter. Weil er viel schrumpeliger und alt ist irgendwie einfach. Bin einfach ungefähr 15 Jahre älter mittlerweile. Saubrücken, more like, sehr krass Brücken. Ne, aber es war wirklich insane. Ich liebe einfach diese Shows, die unter 2.000, 3.000 Leuten sind. Es ist so krank. Es kocht. Die Stimmung ist einfach so, wie so ein Kessel, Digga. Und man ist einfach so da und so auf. Ey, wir haben uns tolle Lied. Danke, es war so geil. Kannst du mich bitte, bitte in diesen Tourblock reinschneiden? Ich brauche diese Promo so dringend, bitte. Ja, stell dich vor. Äh, hallo, ich bin Karl. Wir waren gerade bei den Fans draußen und die meinten, ohne dass ich gefragt habe, dass du wie ein bestimmtes Tier aussiehst. Was denkst du, welches haben sie gesagt? So ein Frettchen oder so. Nein, Frettchen ist zu süß. Graf? Paul aus den Schafen, aber das lieben wir. Die Schafe sind übelst wack, die werden dauernd krank, die sind übelst dumm, das sind so Herdentiere. Hier bitte einblenden, die Kuh vom Schaf. Und die Kuh vom Paul. Was ist los? Oh, ich hab gedacht, dass ich einfach einen Fehler gemacht habe. Ich, ja. Hanna, welche Städte sind denn eigentlich im Tourfilm? Ja, bzw. welche Städte haben wir als letztes gespielt, die auch im Tourfilm sein sollten. Welche Städte sind denn? Doch, ihr habt gefilmt? Leute! Iwas, stopp! Ich mach' ein bisschen tief. So, ey! Ey! Weil wir sind mit dem Training. Und der Mond ist aufgegangen. Höchst mich, schwach ich, schwach ich, schwach! Yeah! Ja! Ich sag' ich muss jetzt so ganz spontan den Text lernen. Ich sag' ich muss jetzt so ganz spontan den Text lernen. Ich weine eben, ne? Der Mond ist aufgegangen und ich fahr' nach Schweinstadt. Ja? Ja, sieht gut aus. Und in jedem Move sieht's gut aus. Ich hab' mal noch eine Frage für euch halt da. Habt ihr Bock auf 0,97 oder was? Ihre Liebe ist wie cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Nein, du weißt. Aber ich mach' immer weiter. Sie ist so kalt, ich rutsche aus so wie auf Eis. Und ich bleib' Ich hab' heute ein Wortspiel angewendet. Genie. Ich hab Fürth und Nürnberg vereint zu Fürnberg. Ich hab' aber das Gefühl, die haben einfach gedacht, ich kenn die Stadt nicht. Ich brauchte einfach ein Wort, weil ich hab' mir schlecht gefühlt Fürth zu rufen. Ich glaub' es ist ein Learning. Einfach in Zukunft die Stadt rufen, in der wir sind. Das juckt niemanden, Digga, weil wir sind im Fürth, Digga. Der Volk ist beim Sozial. Oh ne, die rufen jetzt nicht Dresden, obwohl ich in Urschatz bin. Urschatz und Radebeul und Dresden, wie soll ich euch nennen? Was denkst du, wie wird dein Leben jetzt ausschauen, wenn du bei 0,190 blieben wärst? Also cool teilen. Auf der Weise ähnlich, weil ich jetzt auch oft, wenn ich keine Probe hab', hab' ich keinen Rhythmus am Tag. Und das habt ihr glaub' ich schon auch so, wenn ihr euch den nicht selber schafft. Ich hab's auch gutes Rhythmus gesehen. Sonst, ein gutes Magen. Ich glaub' ich find' die Aufteilung so ganz gut, weil ich glaub' wenn wir zu viert wären, das wär' nochmal viel schwieriger. Ja, glaub' ich. Es ist schon gut, dass wir das so machen bei den ganzen Entscheidungen. Ich bin auch so froh, dass Dani nicht dabei ist. Ich liebe das. Oh mein Gott, für alle Leute, die das gar nicht wissen, können sie überhaupt erzählen, was passiert ist? Ich bin Sari. Leute, ich hab' mal ne Frage, die mich wirklich beschäftigt. Nee. Wie würdet ihr euch jetzt selber bezeichnen? Seid ihr eine Band? Seid ihr Rapper? Ich weiß überhaupt nicht was. Boah, ne Band? Wir sind ein Künstler-Kollektiv in drei Individuen, Alter. Das heißt immer so. Ich bin Fido. Ja. Oh ne. Jetzt ist es vorbei. Damit gute Nacht und willkommen in? Willkommen in Offenbach. Ich möchte euch einfach nur mitteilen, dass... ...1990 in Offenbach auf jeden Fall Geistkranke Abrus wird. Sachi gibt mir Karten und nen Haribo. Sachi. Sag mal dann. Ich hab Angst. Warum machst du dir den Kopf, Alter? Gustav wollte mit mir zocken gehen und jetzt ist er essen gegangen. Arschloch in den Chat. Pro-Tipp, wenn ihr kostenlos rein wollt bei 0,10,99. Zieht euch so ne fucking Warnweste an. Nehmt ein Klemmbrett mit. Und dann tut so, als hättet ihr irgendeine Aufgabe. Dann könnt ihr einfach rein. So. Ist Gustav überhaupt so gut? Bist du im Bus? Boah. Arschloch in den Chat. Aua. Schlau, ne? Bino, Jungs. Oh, ich kann nicht tanzen. Okay, Jungs, let's go. Komm. Mal. Es ist ein paar Techniklinischus versierd. Aber das war okay. Wir haben uns geseigselt und es kann ja auch mal passieren. Leute haben es uns gut verziehen. Es war krass. Also offen einfach schick. Kuss. Aufmach! Ich fand es extrem geil. Heute war ich nicht so zufrieden mit der Security, weil die waren ganz schön trödelig. Aber wir und ihr hatten eine Connection. Hier ist ein Studio, Leute. In Zürich. Sachi ist total motiviert. Er hat richtig Bock. Mitgebracht. Schweiz! Wir sind hier, um euch euer Geld zu nehmen. Hey, ganz kurz. Wir sind heute in Zürich. Zürich ist zu und rich. Wegen zu rich. Sachi? Kannst du uns erklären, warum du immer blubberst? Niemand juckt. Das war nicht so gemeint. Erzähl bitte, warum du immer los bist. Ich bin einfach mit Paul unterwegs. Deswegen bin ich die ganze Zeit traurig. Und deswegen blubber ich. Das haben wir ja schon in der ersten Folge erklärt. Ich werde die heute so an mich packen. Die werden gar nicht mehr weg wollen. Ich werde sie so packen und sie so anschauen. Und dann geht's richtig los. Die Halle ist danach nicht mehr neu. Ich mach bisschen dies und bisschen das. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen dies und bisschen das. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen das. Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Was ist das? Das sind einfach Sachen. Das war insane, unvergleichlich. Ich habe sowas mit der Tour höchstens ein oder zwei Mal erlebt. Das war so krank. Kein Scheiß. Alle sagen immer, die Schweizer haben einen Stock im Arsch. Aber Leute, wir wissen seit drei Jahren, dass die das komplett drauf haben. Es sind die geilste Crowd, die es gibt. Deswegen, Schweiz kann euch lieben. Herzlich willkommen zum 1999 After Show Unboxing. Das haben wir heute zugeworfen bekommen. Samt Batterien. Und das packen wir jetzt zusammen aus. Rosen. Er hat eine Donne. Gut gezeichnet. Ich will mich einmal ganz fest bei euch bedanken. Danke für das Zuhause, welches ihr erschaffen habt. Danke für die Musik, welche wir hören, wenn wir traurig und glücklich sind. Ihr bedeutet mir slash uns so viel. Ich habe euch lieb, eure Maus Martina. Kuss. Das hat mich gerade irgendwie sehr mitgenommen. Ja, weil man checkt immer nicht, dass die Leute das auch bewegt, wenn die die Musik hören. Deswegen ist es ziemlich krass. Ich freue mich sehr, dass Adi hier ist. Wir sind ja ein-eigen, zwei-eigen Zwillinge. Jeder von uns hat nur ein Ei. Kannst du mir mal einen schönen Satz auf Schüsseltisch sprechen? Aber so, weißt du... Du bist ein Schofsäckel, fick deine Mutter aus. Du bist ein Schofsäckel, fick deine Mutter aus. Frag der Lehrer. Bilde einen Satz mit Gänsefleisch. Und dann sagt er, Gänsefleisch mal den Koffer an und aufmachen. Ja, Gänse vielleicht mal den Koffer an und aufmachen. Gänsefleisch mal den Koffer an und aufmachen. Was macht das mit deinem Kopf, wenn Leute jubeln? Fühlt sich an wie Crack. Digga, ich hab heute ausgesehen bei Dachfenster fast gesagt, ich könnte Greenkeeper sein, hab ich fast gesagt. Und ich kümmere mich um Crack, ich könnte Greenkeeper sein. Jetzt kein Scheiß. Ich hab so überlegen, was muss ich sagen, Digga. Aber der wird nicht so, ich hab kurz gestoppt. Und ich kümmere mich um... äh, könnte Greenkeeper sein? Paul Zayn hat heute Köln gesagt. Köln? Der war so Köln! Tour live, Tour live. Da weiß man nicht mehr, wo man ist. Lieber Zürich? Lieber Zürich? Ja. Lieber Zürich? Heute der letzte Tourstopp. Aber ich freu mich irgendwie auch oft zuhause muss ich sagen. Aber es ist einfach traurig. Alle sind gerade so der letzte Soundcheck gewesen. Was war dein Tour-Highlight bisher? Mein Tour-Highlight war mein Geburtstag. Leute, Jochen hat heute Geburtstag, wir feiern gleich eine fette Party hier. Das ist Jochen. Was wirst du am meisten vermissen? Ja, die Leute. Alle, aber auch so die Gang. Weißt du, unser Bus, finde ich schon sehr cool. Weil eigentlich zocken wir da auch immer nur, aber es gab manchmal depomomente. Nachts um drei auf der Autobahn, wo wir echt schön gequatscht haben, das ist echt schön. Über die Platte freunden sich bestimmt die Leute ganz besonders. Würdest du sagen, du kannst gut unter Autotune singen? Ja, übelst. Also ich bin ja auch eigentlich ausgebildeter Sänger. Und was ist dann da passiert? Oh nein, du hast das Video. Oh Leute, das ist ganz schlimm. Ja, Leute, alle die beim Paguer waren, schickt bitte keine Videos an Hanna. Wir haben eine alkoholfreie Tour gemacht, ich stelle mir gerade vor, so Upcider trinke ich heute nämlich ein Aperol. Wenn ich mich so hinstelle und sage so, Leute, dieser Aperol, der ist es. Ich stoße an, auf euch. Prost, ihr Säcke. Was ist eigentlich schon wieder passiert? Was soll passiert, Leute? Deinem Shirt. Achso, ich bin jetzt SP Freiburg-Fan geworden gerade. Hast du gerade gesagt, SP Freiburg? Ich werde heute lallen und weinen, weil es die letzte Show war. Oder? Wir ziehen die Freiburger jetzt durch den Kakao. Dinger, wir ziehen die so durch den Kakao. Wir ziehen die so durch den Kakao, Alter. Machen die jetzt alle. Ich bin auf dem Weg, keine Zeit zu verlieren. Wir kallen die Jeans in Hellblau aus 2004. Ja, es hat sich viel getan, trotzdem bleiben wir hier. Sag, wie soll es anders, soll es anders sein? Das war's. Das war so schön. Alles, alles war so schön. Die Leute, Freiburg-Fan, fast so schön. Die Zeit hat es am Ende auch richtig gut gesagt. Wir haben so tolle Menschen auf Twitter. Johannes hat sogar ein bisschen geweint, unser Tuker-Hetter hier. Vielleicht sieht man noch ein paar Tränen. Aber zu Recht. Leute, wir haben aber das beste Team. Ich habe auch der Blut gesagt, das ist meines Erachtens. So geile Herzen. Das war's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.